Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrans. Heute packen wir die 8. Staffel von Supernatural aus auf DVD. Die habe ich zu Weihnachten von meinen Eltern bekommen. Weihnachten ist ja schon was länger her und das ist in Ordnung, weil meine Eltern wissen, dass ich YouTube mache und Unboxing. Und deswegen ist es okay gewesen, dass ich nur das Geschenkpapier öffne. Und heute geht alles schief, was nur schief gehen kann. Immer wenn ich ein Video drehen wollte, zum Beispiel das hier jetzt, kam Eurofighter, die über mein Dach weggeflogen ist, weil ich ja in der Nähe vom Militärflughafen wohne. Und immer und immer wieder, dann hat der unter einer mir wieder gesaugt und das hat mich so genervt. Und dann ist das an Boxen schief gegangen, weil die Folie jetzt schon offen ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja, das ist die DVD-Fassung hier von Supernatural, die vor einiger Zeit auf Pro7 Max. Die Serie hat mir wieder sehr gut gefallen. Ich will jetzt nicht so viel erzählen, nur ein bisschen spoilerisch. Die, das ist der Herr hier rechts, kommt aus dem Pflegefeuer durch die Hilfe von Benny, das ist ein Levatan. Sam vertraut ihn nicht, das ist der Herr hier links. Und ja, dann gibt es noch den Engelskrieg zwischen Dämonen und Engeln und untereinander. Da ist also auch wieder Kassiel zu sehen, wieder mit lustigen Szenen. Crowley ist wieder dabei und Sam hat verschiedene Aufgaben zu erledigen. Also auch wieder eine sehr gute Staffel von Supernatural gewesen. Und ja, die packen jetzt zusammen aus. Ich hoffe, diesmal geht alles gut. Ich hoffe auch, dass die Lichtverhältnisse okay sind, weil es schon was düster ist. Und ihr könnt das Video auch auf 720p anschauen, habe ich vergessen zu sagen. Und sollte sich meine Stimme erkältet anhören, habt ihr richtig gehört. Ich habe Schnupfen und Halsschmerzen, aber ich hoffe, es ist in Ordnung. Ja, so sah das Cover aus. Dann haben wir hier 6 DVDs, je 40 Minuten, 23 Episoden. Spieldauer insgesamt sind 931 Minuten. Das Bild ist 16 zu 9 oder 1,78,1. Sprachen sind Deutsch, Dolby Digital 2.0. Englisch, Dolby Digital 5.1. Spanisch, Dolby Digital 2.0. Untertitel sind Spanisch und Portugiesisch. Untertitel für Hörgeschädige Deutsch und Englisch. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt nicht so viel von der Story erzählen. Ihr könnt ja mal, wenn ihr es lesen könnt, denkt dann, ihr könnt das Video auf 720p stellen. Dann euch hier die Specials und so durchlesen. Zum Beispiel verpatzte 10 oder nicht verwendete 10 sind da drauf. So, dann machen wir mal auf. Dann haben wir hier einen Episodenguide. Ich finde ja, die alten Hüllen, die waren besser, die waren so ein Schuber. Hier haben wir dann DVD 1, DVD 2, DVD 3. Und DVD 4, DVD 5 und 6. Und dann haben wir hier halt ein kleines Poklet, was ich aber wiederum gut finde. Wo die ganzen Folgen dann draufstehen. Ja, ich mag Supernatural sehr gerne. Ist einer meiner Lieblingsserien, neben so Walking Dead oder Breaking Dead. Und ja, ist doch ganz nett. Und ja, für meine Abonnenten, die schon länger Abonnenten sind, ihr habt heute die Chance, was zu gewinnen. Und ja, ich weiß, dass sich jetzt auch wieder viele melden, die nur abgreifen wollen. Ihr müsst nichts machen, ihr müsst keine Frage beantworten. Ihr müsst einfach nur kommentieren und mal einen Kommentar schreiben, wie ihr Supernatural findet. Ob ihr die Serie mal gesehen habt. Und ja, einfach, wie ihr mein Video gefunden habt. Mehr müsst ihr nicht machen. Und dann werde ich euch auch einfach mal alle in einen Topf schmeißen. Wie gesagt, ihr müsst Abonnent sein. Schon länger Abonnent sein. Nicht erst jetzt abonnieren. Versteht ihr? Nicht abonnieren für dieses Video. Dann zählt das noch nicht. Dann dürft ihr auch irgendwann mal beim nächsten Gewinnspiel mitmachen. Und ja, schreibt einfach normalen Kommentar, wie immer. Und ihr seid einfach bei. Es gibt hier keine Frage. Und ich werde das Gewinnspiel irgendwann mal Ende Januar, Anfang Februar auflösen. Wenn ich Lust und Zeit habe. Und dann könnt ihr folgenden Preis gewinnen. Und zwar Supernatural Season 6 auf Blu-Ray könnt ihr bei mir gewinnen. Einfach mal so. Und ihr müsst kein Unboxing machen dazu. Ihr könnt das auch weiter verschenken. Ihr könnt es verkaufen, wie ihr wollt. Und ich würde mich einfach jetzt über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Und bedanke mich, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und hoffe, dass ihr meine Stimme auch im kranken Zustand ertragen könnt. Und auch meine Sprachfälle, die ich öfters habe. In diesem Sinne, danke euch nochmal, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Die Bedingungen werde ich euch nochmal in der Beschreibung verlinken. Also nochmal, ihr müsst Abonnent sein. Aber nicht erst ab dem Video. Also nicht abonnieren für das Video. Weil dann dürft ihr trotzdem nicht mitmachen. Ihr müsst schon länger Abonnent sein. Wenn ihr mich ab jetzt abonniert, dürft ihr irgendwann mal im nächsten Gewinnspiel mitmachen. Wenn ihr schon länger Abonnent seid, schreibt einfach einen Kommentar, wie immer. Und ihr seid einfach dabei und habt teilgenommen am Gewinnspiel. Ihr müsst nichts beantworten. Und ihr dürft mit dem Gewinn dann machen, wenn ihr gewinnt, was ihr wollt. Verkaufen, tauschen, verschenken. In den Blu-Ray-Player legen, was auch immer. Also ich sage jetzt auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.